Sie sind übergelaufen, ja? Versehen Sie mal. Der Panne Peter Züchte ist von dem Pscheletzau Samt. Samt? Samt Pscheletzau. Er ist selbst übergelaufen. Von welchem Regiment? Der Panne Peter ist von welchem Regiment ich ucheg, aber es ist nicht so. Der Panne Peter ist von dem Pscheletzau und dem Pratsvon. Der Panne Peter kam hier zum Kempel, also als in Arbeit, ein Arbeit sollte hier ein Schwerg werden an der Front, ne? Und dann... Und dann... Also, Moiska, wojować? Musieli wir als Tatsi wojować, na tym Mieste. Der Jusia hat zu viele Auswälle gehabt und da sollte mit an die Poroste Fremd kommen. Einfach als Arbeitseinsatz hier gerechnet werden. Durch was haben Sie denn so viel Auswälle gehabt? Durch Adleriefeuer, Garnatwaffe oder Maschinen gewährt? Und was wird denn jetzt mit Ihrem Kamraden gemacht von der Gruppe? A co się stanie teraz z twoimi koledzymi, die tam zostali na fronte, Urusa? Co się z tym zrobi? Czy pan zostaną albo przyjdą tu nasad? Z tym zrobiłem stück, dwa, trzy zastrzeżone. Za te, że ja bycie. Von der Gruppe, von seiner Gruppe, wenn drei oder vier man erschossen, weil er übergelaufen ist. Das ist schon mal gemacht worden. Wissen Sie das genau? Ja. Zrobiłem to z Rusy, jak to przeleciał z twoich kolegów, że tam potem trzech albo czterech zastrzelili z wasze, z twoje gritty? Das ist schon mal gemacht worden. 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 Nein, das ist schon mal gemacht worden. Nein, das ist schon mal gemacht worden. Also, słuchaj. Wie sind Sie denn zu der deutschen Uniform gekommen? Jak Sie, Sie przyjdzie do tego mundura niemieckiego? Znalazłeś? Nie, ja. Ja, das ist auf der deutschen Seite gefunden, z Tagestem. Bo, jak, to, tam, wie, russische Soldaten. Scheiße. Ja, był tam niemiecki zabity, albo, co, że, albo leżało to tak. Nie, nie było, tylko to było. Er sagt, ja, das gestern gefunden, zwar hat kein Tuch, ja auch nichts da gelegen, sondern, die Sachen. Hat das angezogen, weil ihn zu kalt war.